hallo ihr lieben herzlich willkommen bei uns im garten gemüse kiosk und es gibt jetzt ein kleines video zum stand der dinge in sachen kalender 2018 und zwar die mit dem saatgut vielen vielen lieben dank an euch für eure vielen bestellungen auch bezahlungen wir konnten den großteil jetzt drucken lassen das super einige von euch werden auch schon die ersten kalender in der post gehabt haben wir sind ganz fleißig am bestücken also da klären wir jetzt natürlich die saatgut tütchen ein dann werden die liebevoll eingetütet adressiert und gehen raus an euch wir arbeiten mit hochdruck daran also wir geben echt gas alle sind eingespannt und ich denke mal ein zwei vielleicht auch drei aber ich glaube eher ein zwei wochen dauert das jetzt bis wir alle rausgeschickt haben ich hoffe es zumindest also lasst uns noch ein bisschen zeit seid euch sicher wir arbeiten mit hochdruck daran wir geben echt gas wenn ihr jetzt sagt was ist denn das für ein kalender hier oben haben wir euch das video zu dem kalender noch mal verlinkt vielleicht für einen neuen zuschauer ein paar gibt es übrigens noch also wenn ihr so einen kalender noch haben möchtet dann schaut gerne mal bei uns im shop vorbei da findet ihr den unter kalender und wenn wir schon mal bei werbung sind hier unten haben wir für euch noch mal verlinkt unsere aussaat box bald ist ja weihnachten vielen dank für eure aufmerksamkeit viel viel vorfreude und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal